so jetzt probieren wir mal dieses lmg aus sieht spannend aus er zieht aber wie die sau nicht meine waffe naja was soll ich dazu noch sagen versuche mich irgendwie mal darauf zu verlassen auf die die hier neben mir umstehen aber das sind ja nicht immer spiel da muss ich erst mal klarkommen auch auch das war tatsächlich schon wieder auch dieser wichser scheiß titan alter deine mutter ist ein titan so begleiten mpc wo bist du hin ich dachte es ist unser titan auch okay schlechte position hau da ist das ist das ist das Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hasse diese Fähigkeit Scheiß Titan, fick dich ins Knie Ich hab'm killen, bin ganz ruhig, nicht einfach mich auseinandernehmen, du Tomatik Naja, und zum Ende hin sterb ich natürlich wieder Lauf Das sah doch mal gut aus Ich hab mich auf C.A. im Schirm Einer hat es rausgeschafft. Und da bin ich wieder unten, kein Titan gekillt, immer nur Assists, ich weiß nicht was ich anders machen soll, ich krieg die Dinger nicht getötet, irgendwie killen immer andere die. Egal, scheiß drauf, was hab ich freigeschaltet? Ui, ja, ich brauch noch einen vierten Slot, auf jeden Fall.